Kackfotzen 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 Der schmerzt aber ganz schön, ey. Der Kent, jetzt zu dem grünen? Ja. Ja! Okay. als man rosen sie gesagt dass ein botter typ das hatte das ernst genommen der rosi der brennt für die roten für das spiel als ja ich hoffe aber munition bräunig haben wir noch mal an zeug suchen haben wir hier Habt ihr irgendwo Feinde gesehen jetzt? Nein Ich hab noch nie mal Waffen gesehen Das Team ist in der Sicherheitszone Ich hab noch nie nein nein ich will da unten sind gegner auf jeden fall beim turm also um den turm herum weil ich gerade jemanden gesehen ich habe nur noch diese scheiß handfeuer war ich habe nicht dann waffen gefunden irgendwo da bei dem immer etwas alter erschreckt mich nicht so moin da unten habe ich gerade jemanden gesehen hier ein auto seine ausgestiegen zwei leute feindliche drohne über uns bewegung gesichtet vor der türe schon haben müssen die die woche bräuchte kurz vorgetauscht durch kommen zurück Oh Ich komm wirklich ohne Kampf raus. Ihr sollt jetzt den Gulag-Soldaten. Das ist mein Geld. Der einzige Ausweg ist, eure Feinde zu töten. Oder es droht ihn, der für andere zu bleiben. Scheiße, Feinde! Komm raus. Du hast den Kampf verloren. Zurück zur Basis. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Die Vorratskisten sind wieder aufgefüllt. Rüstet euch auf. Nur noch fünfundzwanzig übrig. Die Vorratskisten sind wieder aufgefüllt. 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 Das Gas kommt. alter nervt das mit diesem scheiß luftraum schade das ist so ein witz aber 8er ist immer gut